Na ja, wenn wir uns so umgucken auf der Welt, Klimawandel, Vertreibung von Menschen, Flucht, aber auch aufkeimender Nationalismus in Europa, die Frage, ob wir in fünf oder zehn Jahren die Europäische Union, so wie wir sie jetzt haben, noch haben, das schreit ja geradezu danach, was zu unternehmen, sich einzumischen. Und für mich als politisch Handeln und auch als Berufspolitiker ist natürlich eins zentral. Wie kriegen wir hier Spielräume, um Dinge anders zu machen? Und da gibt es dieses Bon mot, Roosevelt soll zu seinem Assistenten gesagt haben, jetzt geh raus und sorge dafür, dass ich tun kann, was ich tun will. Und darum geht's. Auch mir Beine machen, damit ich durchsetzen kann, was ich durchsetzen will.